Hallo Sammelfreunde, ich begrüße euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute das Multipack der Premier League Adrenalin XL 2024 Kollektion von Panini anschauen wollen. In diesem Multipack, das Panini leider nicht für den deutschen Markt anbietet, finden wir fünf Päckchen mit jeweils sechs Karten und das ist das besondere an diesen Multipacks, gleich zwei Limited Edition Cards, also so viel wie in keinem anderen Produkt dieser Kollektion. Das macht diese Multipacks natürlich entsprechend begehrt, auch wenn sie nicht mehr ganz so exklusiv sind wie bei vorherigen Kollektionen, wo man ja die Signature und Real Autograph Cards nur in den Multipacks finden konnte. Das geht glücklicherweise inzwischen in allen Produkten, so dass der Run auf diese Multipacks in dieser Saison dann hoffentlich auch ein bisschen nachlässt. Das soll aber nicht unser Hauptthema sein, sondern natürlich die Cards in diesem Multipack, dass wir uns mal eben schnell von der Rückseite anschauen, was durch diese Folie aber gar nicht so gut geht. Von daher gucken wir mal, dass wir die mal eben von diesem Multipack entfernen. Und dann haben wir auch einen etwas klareren Blick auf das, was Panini uns hier auf der Rückseite präsentiert, nämlich eine Übersicht über die Limited Edition Cards, die man aus den Produkten ziehen kann. Das gilt wie gesagt inzwischen für alle Produkte, nicht nur für die Multipacks. Die Standard Limited Edition Cards, die es in diesem Jahr auch von fünf Legenden gibt. Dann gibt es die Limited Edition Cards mit aufgedruckte Unterschrift und die begehrtesten Cards sind natürlich die Real Player Autograph Cards, wie Panini sie hier nennt, mit Original Unterschriften der Stars. So, das solltet ihr natürlich einmal gesehen haben, bevor wir loslegen. Jetzt müssen wir mal eben schnell unsere Päckchen von diesem Multipack befreien. Das geht einigermaßen gut, wahrscheinlich bis zum letzten Päckchen, was deutlich fester auf diesen beiden Klebestreifen hängt, aber sich auch noch einigermaßen lösen lässt. Und jetzt kommt der Teil, wo man immer ein bisschen vorsichtiger sein muss, dass man diese dünnen Limited Edition Card Packs nicht beschädigt, denn es wäre nicht auszudenken. Man hat da eine Real Autograph Card drin und hat sich dann beim Abmachen des Päckchens richtig schön knickt da rein gemacht. So, bei dem hier ist es nämlich schon gar nicht so einfach. So fest wie das auf diesem Klebestreifen hängt. So, da ist gar nicht auszuschließen, dass ich mir die Karte vielleicht schon ein bisschen verbogen habe. Wir werden es gleich sehen. Wenn wir denn zu unseren Limited Edge Card Päckchen kommen, beginnen wollen wir aber mit den normalen Cards aus dieser Kollektion und mal schauen, was Panini uns in die fünf Booster Packs schönes reingepackt hat. Los geht's mit Josh Cullen von Burnley, dann haben wir Kurt Zuma von West Ham, Emiliano Martinez von Aston Villa, das Lineup von Tottenham und als Special Karten eine Colossus-Karte von Philipp Billing von Bournemouth und die Next Level Karte mit Virgil van Dijk von Liverpool. Das doch mal zwei richtig tolle Special Karten zum Auftakt. Hier habt ihr noch das Free Digital Pack, falls ihr euch das einlösen möchtet. Könnt ihr natürlich gerne tun, wenn ihr die App spielt, allerdings gilt das wahrscheinlich nur für den schnellsten. Und wir schauen in unser zweites Päckchen mit Marcus Tavernier von Bournemouth. Dann haben wir Saliba von Arsenal, Erziso von Brighton, Luke Freeman von Lutontown und als Special Karten die World Class Karte von Armin Hotzec von Sheffield und die Top Keeper Karte mit Jordan Pickford von Everton. Nächstes Päckchen mit Light Foster von Burnley, dann ist Gamaka von West Ham, Raul Jimenez von Beamton, Garnacho von Manchester United und unsere Special Karten sind das Wappen von Brentford und die Game Changer Karte von Tsarubi von Burnley. Vorletztes, der normalen Päckchen mit Nick Pope von Newcastle, Ben Johnson von West Ham, Kappel Jesus von Arsenal, Bernardo Silva von Manchester City und unsere Special Karten sind die Ultrasonic Karte mit Rico Henry von Brentford und die Powerhouse Karte mit Philippe von Nottingham Forest. So, dann sind wir bei unserem letzten Päckchen mit den normalen Standard Cards angelangt. Wir finden Sasa Lukic von Fulham, Ryan Brewster von Sheffield, Tomijaso von Arsenal, Morgan Gips, White, Nottingham Forest. Dann nochmal ein Wappen mit dem von Tottenham Hotspur. Sowie die Precision Karte mit Dwight McNeil von Everton. Und zum Abschluss gibt es natürlich noch das Free Digital Packet für euch. So, und dann wollen wir doch mal gucken, was unsere beiden Limited Edition Karte und Booster für uns bereithalten. Und im Idealfall passiert natürlich das, was hier hinten drauf steht. Wir finden eine Real Autograph Card. Los geht's mit einer Legenden Limited Edition Karte von Jimmy Floyd Hasselbank von Chelsea. Von dem ihr hier hinten die Karrieredaten auf der Karte aufgedruckt seht. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ist es eine normale, eine Signature oder eine Real Autograph Limited Edition. Es ist die ganz normale Standard Limited Edition Karte. Aber auch die ist schon richtig edel mit diesem Muster hier im Hintergrund. Und diesen feinen Gold Effekten. Und dann haben wir noch unser zweites Päckchen. Und es ist witzigerweise erneut Jimmy Floyd Hasselbank. Und das wird ja dann hoffentlich jetzt eine der beiden anderen Varianten sein. Und nicht nochmal dieselbe Karte. Tatsächlich ist es eine Signature Limited Edition Karte. Und somit ein richtig erfolgreiches Multipack. In dem wir zweimal die Legenden Limited Edition Karte von Jimmy Floyd Hasselbank dabei hatten. Einmal als Standard Variante und einmal als Signature Limited Edition. In dem Fall vielleicht sogar mal ganz gut, um beide Karten direkt nebeneinander vergleichen zu können. Die normale mit diesem Marmor-Effekt und dem Gold sieht ja schon richtig edel aus. Aber in der Kombination Schwarz-Gold macht das Ganze natürlich noch einiges mehr her. Und diese aufgedruckte Unterschrift veredelt das Ganze dann natürlich zusätzlich. Auch sonst, wie ich finde, ein relativ erfolgreiches Multipack mit einer Colossus-Karte, die ja eigentlich nur in jedem 15. Pack enthalten ist. Die Next Level Karten ja sogar nur in jedem 21. Pack. Also da haben wir, glaube ich, ganz gut getroffen bei den Special Cards in diesem Multipack. Was ihr von dem Ergebnis aus diesem Multipack haltet, könnt ihr jetzt unten ins Kommentarfeld packen. Ich freue mich da schon auf euer Feedback. Genauso natürlich über ein Däumchen nach oben für dieses Video. Und wer die weiteren Videos zu dieser, aber auch anderen Sticker und Trading Card Kollektion nicht verpassen möchte, hier aber noch nicht regelmäßig dabei ist, der sollte jetzt einfach mal kurz drüber nachdenken, ob er sich nicht eins der kostlosen Kanalabos gönnt. Dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.